Was ist los mit euch? Politik ist cool! Flüchtlinge sind eine Gefahr für Deutschland, weil das so in unserem Wahlprogramm steht. Zu rechts. Immer nur Bio kaufen. Ganzheitliches Masturbieren. Zu links. Teile meines Wahlprogramms könnten sich verunsichern. Zu viel Inhalt. Da kommen diese Männer über die Grenze. Dieses ganze Testosterion. Abschieben. Abknallen, irgendwas mit A. Widerwärtig. Inhuman. Das Junglecamp ist nebenan. Letztlich bin ich mit dem Skateboard in den Wahlkreis gefahren. Oh, ein Pokémon. Ich fahne damit niemand. Nicht mit Nazis, nicht mit Linken und schon gar nicht mit der Wahrheit. Das ist sowas von 80er. Ich habe mir diesen Anzug hier ganz alleine angezogen. Ist das ein deutsches Mikrofon? Wir können hier nicht tatenlos daneben stehen und dabei zuschauen, wie ich hier noch weiterrede. Können Sie sich vielleicht vorstellen, sich zur Frau umwandeln zu lassen? Wer soll denn sowas wählen? Ja. Ja. Ja.